Und jetzt zur Verwendung der Erträge von Swissloos, heute am Beispiel des Lotteriefonds des Kantons Zug. Ich bin Tabea Zimmermann-Gibsen, Präsidentin der KISS Genossenschaft Zug. KISS Genossenschaft Zug ist begleitete Nachbarschaftshilfe. Hier sind Maya und Willi. Maya lässt Willi einmal pro Woche ein. Willi kann nicht selbst kochen, er ist blind. Du hast ja gerne ... ... ein Sutter Casimir, oder? Ja, genau. Jetzt habe ich gedacht, ich mache das wieder einmal. Ja, das ist schön von dir. Du machst es ja immer gut. Ja, jetzt bin ich damit fertig mit dem Kochen. Genau. Hier habe ich den Löffel, damit du schon essen kannst. Es ist eigentlich etwas Schönes. Man darf Menschen helfen, die nicht alles wir machen können. Seit Maya und Kohola kommen, haben wir auch immer interessante Gespräche. Daran gibt es sich eine Freundschaft. Okay, kommst du jetzt bitte voran? Ja. Dank Swisslos und anderen können wir hier zurück unsere KISS Genossenschaft aufbauen. Die Lottoziehung wurde Ihnen präsentiert von Swisslos. Nein, sie haben sich zu einem Begriff. Alles wichtig ist zu einem KISS Genossenschaft, nicht weiß, nicht weiß. Aufbauen, kann ich zu dir.